herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch die the human demand box von amy mcdonald alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung the human demands von amy mcdonald das ganze am 30 oktober erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich pop jawohl das ganze kommt hier in einer box im hochformat hier haben wir einmal die künstlerin abgebildet und bevor wir das ganze öffnen haben wir hier noch einen sticker drauf und zwar lesen wir hier limitiertes box set inklusive deluxe version des albums hochwertigen gebundenen buch mit ein songtexten exklusivem schlüsselband amy mcdonald plectrum exklusivem poster gut also all das befindet sich hier drin dann holen wir mal das ganze aus der folie und schauen uns die box im detail an so der sticker ist hiermit verschwunden und das ist die box kommt hier in einem hellgrau oben lesen wir riesengroß amy dann etwas kleiner mcdonald genau diese ist dann hier abgebildet mit einem sch mit einem schwarz weißen oberteil und stark tätowierten armen zumindest der linke der human demands lesen wir hier auf der seite ansonsten hier nichts weiter zu lesen und auf der rückseite haben wir die gesamte tracklist 16 stück an der zahl also zehn sind es regulär auf dem album und die restlichen sechs tracks sind dann so bonus tracks also tracks des albums noch mal hier in akustik variante dann die beteiligten und ein barcode gut dann schauen wir mal rein der boxdeckel ist abnehmbar von ihnen in schwarz und als erstes kommt uns hier entgegen was ist es ein moment ich schätze mal das ist ein poster wir schauen uns dann noch mal an dann haben wir hier das lyric book dann einen pass sieht so aus wie ein tour pass plus das fleck drum und das album an sich hier in so einer hardcover edition ja das ist die box dann von unten wir haben hier so einen schwarzen einleger und hier mit hilfe von diesem schwarzen bändchen hier konnte man die inhalte hier wunderbar heraus befördern anheben und es sieht auch edler aus als so reguläre boxen die einfach nur innen so mit karton oder pappe ausgelegt sind mit diesem bändchen doch deutlich schöner anzusehen so dann schauen wir mal als erstes haben wir hier das album an sich wie gesagt in einer sehr speziellen variante denn es ist hier so ein gebundenes cover ja so ein so ein harz cover so ein kleines büchlein amy mcdonald the human demands es ist übrigens ihr fünftes album auf der seite hier nochmal beschriftet auf der rückseite wieder die gesamte tracklist beteiligte barcode also ich gehe mal davon aus dass man diese version auch so kaufen kann diese deluxe edition so was haben wir hier die seiten wie geht es dann los foto von amy mcdonald und hier sind dann die ersten lyrics also wir haben hier einzelne tracks wort für wort abgedruckt hier in diesem booklet das sieht dann so aus so weitere lyrics weitere tracks ein sehr abwechslungsreiches booklet also verschiedene farben und vor allem auch verschiedene grafiken so ein foto der künstlerin dann auch hier wieder weitere lyrics jeder track hat hier eine eigene seite bekommen so sieht das aus und zum abschluss haben wir hier noch einmal die gesamten credits zum album also alle personen hier beteiligt waren so sieht das aus okay so dann ist das ganze hier zu ende und wir haben hier auf der letzten seite noch die cd die ist hier in dieser hülle in diesem papier so drinnen irgendwie bekomme ich sie gerade nicht raus moment die ist da ziemlich schwer rein gepackt aber so aber jetzt jetzt haben wir es geschafft so sieht das aus in rot weiß und schwarz das ist die cd und dann verstauen wir sie hier wieder in dieser hülle so verschwindet fast zur gänze als nächstes haben wir dann dieses teil hier wie gesagt ich gehe davon aus es ist ein poster wenn auch ein sehr kleines genau hier geht es auf so hier haben wir die gute frau sitzend auf einer metallenen treppe ich glaube das bild hatten wir auch im booklet kommt mir auf jeden fall sehr bekannt vor ja ein sehr einfaches poster im hochformat und einseitig bedruckt recht klein für ein poster als nächstes haben wir hier einen druckverschluss beutel und dieser beinhaltet hier diverse inhalte so und zwar haben wir hier mit dabei einmal das klektron auch hier wieder folie moment so jetzt haben wir es offen genau so sieht das aus das klektron jawohl also hier wieder el mitzulesen und die gute frau abgebildet in grau und weiß und auf der rückseite einfach hellgrau damit kann man dann gitarre spielen zum beispiel dann gibt es hier diesen pass also ist von der gestaltung her wirklich wie so ein tourpass hier lesen wir wieder den albumtitel der human demands und auf der rückseite schlangenhardwerk das ganze kommt hier mit so einem schwarzen schlüsselband das kann man dann hier oben entsprechend zusammen klipsen wenn es gelingt so aber jetzt und da kann man sich das hier wunderbar aufhängen ja entweder zu hause irgendwo aufhängen oder um den hals so sieht das aus also meines wissens hat der jetzt keine spezielle funktion aber falls der doch irgendwie irgendwelche sachen noch mit sich bringen sollte dieser tourpass dieses dieser anhänger dann schreibe ich euch das auf jeden fall in die video beschreibung und als letzten boxinhalt haben wir dann hier noch das lyric book das sieht so aus also ist auch wieder so ein heftchen und zwar haben wir hier zusätzlich zu dem album booklet dort hatten wir auch die lyrics hier nochmal etwas schöner zu lesen generell etwas größer von der gestaltung und auch so etwas leichter durchzublättern als dieses kleine hardcover buch ja hier haben wir nochmal die gesamten lyrics drauf dafür fehlen aber die fotos die wir im booklet hatten die sind hier nicht nochmal dabei hier sind wirklich nur die lyrics mit drin also auch die credits sind hier auf der letzten seite nicht dabei es sind tatsächlich hier die tracks nochmal in der lyric variante aber keine fotos kein sonstiges artwerk ja das war es soweit gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte lyric book dieses text heft dann der eben gezeigte anhänger hier mit diesem schwarzen schlüsselband kommt hier mit diesem silbernen karabiner dann haben wir das poster wie gesagt einseitig bedruckt im hochformat das blacktron hier mit dem amy schriftzug und der guten frau abgebildet und natürlich das album an sich the human demands hier in der hardcover edition mit insgesamt 16 tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box the human demands von amy mcdonald mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr amy mcdonald unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf ciao und